Verben mit festen Präpositionen. Wir lernen das Verb aussehen. Die Struktur ist etwas, eine Sache, oder jemand, eine Person, beide stehen im Nominativ, sieht nach etwas aus. Nach nach steht hier der Dativ. Es sieht im Moment ganz nach Regen aus. Der Himmel sieht nach einem Gewitter aus. Es kommt bestimmt bald ein Gewitter. Es sieht danach aus, als würde es bald regnen. Es sieht danach aus, als zöge ein Gewitter auf. Es sieht nicht danach aus, als bekämen wir morgen schönes Wetter. Eine alte Bauernregel lautet, Abendrot, schön Wetterbot. Morgenrot, Schlechtwetter droht. Also, wenn am Abend der Himmel rot ist, dann wird das Wetter schön. Wenn der Himmel am Morgen schon gerötet ist, dann bekommen wir schlechtes Wetter. Dankeschön.